Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Fucklife4. Kann ich nicht hier einfach schnell reisen? Nee. Hammer. Nee, weil mir kein Gyrocopter. Na gut. Da oben. Müssen wir hin. Wir gehen mal gleich wieder zu Jogi und Reggie. Oder Reggie, wie er heißt. Und lassen uns wieder irgendwas spritzen. Schatzkammer zeigen. Gerade blicke ich auf den ganzen Reichtum von Kürat. Goldmedaillen, Elfenbeinstatuen, Jade-Schnitzereien und solche Dinge. Ich habe immer alles, was möglich war, in den Westen verkauft. Und was ich nicht verkaufen ließ, habe ich eingeschmolzen, um etwas Zeitgemäßeres daraus zu machen. Der goldene Pfad sagt, ich hätte es gestohlen, aber das stimmt nicht. Wir haben selbst vor Jahrhunderten geraubt, statt es sinnvoll zu verwenden. Das ist die Lektion für dich, AJ. Menschen sind Heuchler. Sie müssen jemandem die Schuld für ihr Scheißleben geben und wollen nicht einsehen, dass sie selbst auch verantwortlich sind. Nächstes Mal, wenn sie wegen Schulen oder Krankenhäusern jammern, denkt daran, dass sie ihren Reichtum über Jahrhunderte in alten Klöstern versteckt haben. Ich glaube, so ganz langsam merkt unser Herr Pagamin, dass wir keinen Bock mehr auf den haben. Nur so eine reine Vermutung. Gott, der ruckelt sich hier wieder gerade einen ab. Oh geil, ein Wasserfall ist da hinten. Vorsicht, sehr schön. 250 Meter noch, ich habe da gerade Pfeile gesehen. Ich habe mal Zeit, unsere neue Knarre auszuprobieren. Schönen guten Tag. Wir müssen... Irgendwie nach da hinten. Geht's denn da lang? Ach, da ist so eine... Dingens. Boah, macht schon gut Damage. Nicht schon wieder. Wie mega geil, dass da hinten aussieht mit dem Wasserfall. Oh, jetzt geht's ein bisschen ans Klettern. Da muss ich mal hinlaufen, Moment. Sieht mega aus. Diese Felsen, also in... Wenn ich jetzt hier in Riel stehen würde, ich würde mich hier mit der Freundin hinhocken. Obwohl, hier wird's nass. Nee. Hier so. Ja, das klappt besser. Einfach hier reingucken. Das ist geil. Das ist mega geil. So. Hopp. So. Eins. Zwei. Wie lange ist das da eigentlich? Bergsteigen für Erfahrene. Zack, 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 zack. Und hopp. Und da sind wir. Hey, bekifften Hippies. Moin. Ich bin wieder da. Ich lebe noch, Herr Schweine. Warte, mein Freund. Ich weiß, du nimmst damit, was er getan hat, aber wir hatten keine Wahl. Ja, keine Wahl. Und ich bin Yogi, du Sack. Ich würde euch trotzdem gerne töten. Hör mal. Ich verstehe, wenn du, Reggie, ein neues Loch machen willst. Wir sind in diesem Scheißland, essen wie du, okay? Die haben unsere Pette und zwingen uns, Leute zu verarschen. Wie dich. Und nach Indien können wir auch nicht zurück nach dieser Sache mit der Kuh. Kühe. Ja, Kühe. So wie Kühe? Wir haben schon 10 Millionen Hits auf YouTube, klar. Echt jetzt? Guck mal, guck. Wir, wir dachten nur, wollte bloß reden. Wir hätten nie gedacht, dass sie dich nackt in die Arena werfen würde. Doch, natürlich. Du hast doch gegen ihn gewettet. Ich hab nur technisch gesehen gegen ihn gewettet. Ich, ich wollte meine Wetten etwas streuen, alter Däne. Ihr meint Schwede. Ich dagegen hab dir vertraut. Hab auf dich gesetzt, Freund. Sieh's dir an. Und das teile ich natürlich gern mit dir. Äh, 60, 40. 40, 60? 30, 70. Na gut, nimm einfach alles. Hast es dir verdient, nachdem du mit wehender Fahne kämpfen musstest. Oh, sehr beeindruckend. Seine Fahne? Sein Kampfstil, du Depp. Das war voll Gladiator. Ich würde sagen, voll 300. Ihr zwei haut jetzt ab. Raus aus meinem Haus. Ich zieh hier wieder ein. Und legt ihr euch noch einmal mit mir an. Dann erschießen wir Donald? Ich bin Yugi. Tütchen? Was? Klar. Wir brauchen eine Sekunde zum Packen. Ja, wir sind Nestbauer. Ist etwas unordentlich. Aber zuerst? Was war hier drin? Einer von diesen Tankers? Ja, Schlauberger. Was ist damit passiert? Nun, das ist eine tolle Geschichte. Ja, Drogen, Intrigen, Gefahr, alles drin. Gib mir einfach die Kurzfassung. Fein Kurzfassung. Angekommen in Kürat. Frisch vom Boot sozusagen. Und neugierig auf die örtliche Selbstanbauer-Szene. Sehr neugierig. Wir wurden nicht enttäuscht. Nee, nicht im geringsten. Es war ein netter, alter, äh, Guru, der uns die Glubschaugen öffnete. Genau. An dem Tag hatten wir ein Kräuter-Nirvana erreicht, wie noch niemals zuvor. Und als wir gehen wollten, fragten wir den Guru, wo er den Stoff herkriegt. Und dann erfuhren wir von Shangri-La. Shangri-La. Sozusagen der Geist des alten Kürat. Des alten Kürat. Eigentlich ist es eher ein Geist, den es nie gab, so wie Schrödingers Katze. Schrödingers Kürat? Leute, die Kurzfassung, ja? Gut, zurück zum Thema. Ähm, der Guru sagte, dass er in diesem besagten Land war und dort ein paar Blüten probiert hätte. Und ermöglicht hat ihm das ein mystischer alter Tankkamm, der immer an dieser Wand dort hing. Und wo ist er jetzt? Von unbekannten Personen zerrissen und in ganz Kürat verstreut. Doch, das war noch nicht das Ende. Der Alte verkaufte uns eine Karte. Ja. Sie führte zu einer Höhle nicht weit von ihm. Richtig, mit einer furchterregenden Tür. Ja, sehr sogar. Und obwohl wir der Sache gern nachgegangen wären, war die Tür ganz deutlich von der Zutritt-Verboten-Bauart. Und was wurde aus der Karte? Ich glaube, wir haben uns damit eine Tüte gedreht, aber keine Angst. Du findest die Höhle auch so. Geh einfach nach Westen. Ja, genau. Wenn du eine Tür mit einer hässlichen Fratze siehst, weißt du, dass du richtig bist. Oh, und bring uns ein paar Blüten mit, ja? Die Ankunft des Beschützers. Was? Was soll ich denn jetzt echt finden? Oh, nö. Gut, dann fliegen wir mal dahin. Also, ey, die zwei sind so verkrackt, das gibt's gar nicht. Ah, der gute Gleiter. Da unten wird rumgeschossen. Da ist noch so eine Uhr, ne? Wingsuit benutzen. Nee, 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 nee. Mit dem Gleiten war länger. Ich möchte den Wingsuit nicht benutzen. Wir gleiten einfach mal weiter und gleiten und gleiten und gleiten und gleiten. Und wir, ach, wir gleiten immer noch. Schnarch. Aber das geht mit dem scheiß Ding, geht das schneller als beim Gyrocopter, sehe ich gerade. Ist das unser Funkturm? Nö. War Propaganda-Poster. Fahren irgendwelche Leute. Finde ich schade, dass kein Adler oder so jetzt hier an der Seite ist. Soll ich jetzt den Wingsuit benutzen? Ich bin... Wingsuit. Nö. Oh, Mann. Ach, wie schlecht ist das denn bitte? Gut, wir gleiten erneut. Ach, Mann, ey. Da will man cool den Wingsuit benutzen. Zack, bumm. Er schlägt einen, der scheiß Gleiter. Eieiei, das sind Verhältnisse, Leute. Jaja. Ist ja sowieso jetzt die letzte Aufnahme in... Also ich kann eigentlich die Mission abbrechen, aber das mache ich nicht. Erneut Wingsuit. Aber diesmal nach links weg. So, der Gleiter ist schon unten. Super. Oh, der Wingsuit ist ja noch schneller. Wow. Wir gleiten und wir gleiten und wir gleiten dahin. Man kommt dem Boden echt schnell nah. So. Geht doch. So, jetzt sollen wir diesen Typ finden. Oder dieses Tankhahn... Hier. Eiei, eiei. So nett. Alter. Hallo? Drecksack. Ganze Muni verschwindet, ey. Ich soll doch da jetzt nicht rein, oder? Ich habe da nicht so große Lust, jetzt da reinzugehen. Doch, muss ich. Dann mal rein da. Erstmal hier schön die Urne drehen. Hui. Oh. Soll ich da runter, oder nicht? Könnte halt... Ah. Nice. Abseilen. Ah. Äh. hier ist ganz schön viel wasser drin fliegender fisch oh hier ist wieder so eine fette statue da fliegt der fisch durch die gegend ich habe keine ahnung wo ich hier hin muss ich gucke einfach gerade acht türen ach so jetzt sind wir hier vorsichtig geile affen können an der decke laufen auch neu bitte kein drogentrip mehr changriela freundin schreibt nein schatzi bin noch nicht fertig ne schon wieder ich spring doch da jetzt was fische sind das was ist das es 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 ist es 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 Wie geil das gerade aussieht, aber mir kommt das hier doch bekannt vor. Aber mega geil, das Rot hier, sehr nice, steht irgendwas in Stein geschrieben? Was die? Was die? Das war der Welt, eine Ruckschung. 1-4-4-0-4-0-4-0. Ich will gar nichts sagen, um die Stimmung nicht kaputt zu machen, aber ich finde das gerade so geil. Das war die Bestie. Was ist ein Gehirn, was ist ein Gehirn, was ist ein Gehirn. Ich habe ein Gehirn mit dem Gehirn, was ist ein Gehirn. Ich will nicht, sondern ich will nicht, ich will nicht. Ich will nicht, ich will nicht. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Wie geil. Ich glaube, ich lasse dem Tiger die Arbeit machen. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht, ich will nicht. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ich will nicht, wo computational sind Sie alleseszed. Ich kann versuchen mit dem Tiger zusammenarbeiten. Oh mein Tiger ist tot. Dann warte ich mal hier bis der wieder da ist oder da? Ich geh mal da hin. Komm Tiger, ich brauch dich. Da ist er. Dahinten sind wieder welche. Ich bin mit Pratna und ich bin mit den Kollegen von Pratna. Aber sie sind so großartig. Sie waren so großartig. Ich bin mit Pratna und ich bin mit Pratna. Ich bin mit Pratna und ich bin mit Pratna. Sind das alle? Ich hoffe. What the fuck? Was ne abgedrehte Scheiße. Au. Komm mein Freund. Missionsgebiet. Kehre zurück. Ach jetzt muss ich dahin. Noch eine von denen. Hm. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Das gefällt mir gerade so gut, ey. Das ist so mega nice gemacht gerade. Gefällt mir echt gut. Kommt, Tiger. Wow, habe ich mich gerade erschrocken. Alter, die Farbspektren, alles. Das ist so geil gerade gemacht. Oh, der hat aber eine lange Lanze. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Shangri-La, der Unhold. Von hinten attackieren. Oh. Komm her! Jawohl. Ich drücke nur noch F, was das Zeug hält. Jawohl. Nein. Ich wollte mich gerade heilen. Alter. Das hat aber eigentlich gut geklappt. Bis auf den Punkt jetzt. Ich muss dringend Aufnahmepause jetzt machen. Jetzt wird es langsam echt spät. Wow. Nochmal. Von hinten attackieren. Los. Ah, ich brenne hier. Das ist gut. Oh, Tod von oben. Auch nicht schlecht. Komm schon, Tiger. Oh. Oh. Gehen! Jetzt muss ich da hoch. Wie denn? Uiuiuiuiui. Erneut. Dreckssäcke. Das erinnert mich hier gerade irgendwie an Bioshock. Oh, ich hab grad Gänsehaut, ey. So geil. Shangri-La ist befreit. Alter, was ne Gänsehaut gerade. Boah. Mit deinem Tankerreit spaziert. Genau. Dann hast du ihn in den Rahmen hier gehängt und auf dem Boden ein Schläfchen gemacht. Ja. Du warst mit raus. Hast komisches Zeug gewobbelt. Was war los? Ich weiß nicht, aber es ist echt abgedreht. War das Ding schon hier, als ihr herkommt? Oh. Das? Man sagte mir, es sei ein Gale-Familien-Erbstück. Schon seit vielen Generationen. Hab ich dir das noch nicht erzählt? Nein, hast du nicht. Oh. Du wolltest doch die Kurzfassung. Genau, und wir haben dich gebeten, uns ein paar Kräuter zu bringen, ja? Hast du welche gefunden? Ich hatte zu viel zu tun. Gut, ist okay. Ja, 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 keine Sorge. Du, du, nächstes Mal. Aber wenn du an den Tanker vorbeikommst, denk bitte an uns. Okay, gut. Wir gehen. Wir schicken jemanden her, der den Rest von unserem Krampel aufräumt, okay? Also gut. Tschüssi. Tschüssi. Die Ankunft des Beschützers. Mission beendet. Und so wie ich das sehe, werden wir das noch einige Male sehen, weil wir müssen da noch was hin, da muss noch hin und da noch muss noch hin. Also vier oder fünf Teile suchen wir noch. Jawohl, neue Aufgabe von denen ist verfügbar. Klar. Haus der Gales gehört von nun an dir. Mein Haus. Aber ich sag mal, genauso wie Jogi und Reggie. Tschüssi. Was für eine abgedrehte Scheiße war das denn gerade, bitte? Alter, das war ja mega geil. Ich hatte fast über die ganze Zeit eben Gänsehaut. Ich hab sie immer noch. Und langsam fangen wir an, Jogi und Reggie richtig sympathisch zu werden, irgendwie langsam. Ich mag die zwei kleinen Vollpfosten. Oder unsere bekifften. Peter. Was auch immer. Auf alle Fälle muss ich sagen, also heute war eine schöne Aufnahme. Brüste waren zu sehen und Drogen. Das ist immer gut, oder? 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 Untertitelung des ZDF, 2020